Lautes, schrilles Geschrei in Zimmer 433. Jemand wird brutal auf den Boden gedrückt. Man stopft der Person ohne Skrupel ein Handtuch in den Mund. Nach Stunden der Quälerei lassen die Schreier nach. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ihr Lieben, es gibt großartige Neuigkeiten. Ich hatte ja schon ganz lange das Bedürfnis, noch mehr mit euch zu quatschen, noch mehr mit euch in Kontakt zu kommen, noch mehr Zeit mit euch zu verbringen, weil ich eure Meinung liebe und sehr, sehr schätze. Ich sage ja immer, dass ich in den Kommentaren so mitlese. Das mache übrigens nicht nur ich, sondern auch meine Oma. Ihr seht alles, was ihr schreibt und teilweise ruft sie mich an und sagt, Lucia, hast du unter dem neuen Video den und den Kommentar gelesen? Ich sage, Oma, ja. Ja, ich habe ihn auch gelesen. Dann reden wir gemeinsam darüber. Und wenn jemand irgendwie eine Theorie hat, die wir gut finden, dann diskutieren wir darüber. Also Oma und ich, wir sehen alles. Und ganz oft habe ich mir gedacht, wie schön wäre es, wenn wir irgendwo eine Plattform haben, wo wir noch mehr miteinander interagieren können, noch mehr gemeinsame Zeit verbringen können. Und diese Plattform gibt es jetzt. Der erste Link in der Infobox führt euch zu meinem Reactions-Kanal. Schaut gerne dort mal vorbei. Da werden wir ein bisschen gemeinsam diskutieren und Sachen zusammen anschauen und vor allem noch viel mehr miteinander quatschen. Ich freue mich drauf und ich freue mich auch jetzt, hier mit euch zu sitzen. Ich sitze hier im Keller. Ihr wisst, es ist immer so ein bisschen gruselig, hier allein zu sein. Ich habe wieder alle Türen hinter mir abgeschlossen. Hoffen wir mal, dass heute nichts knackt. Denn der heutige Fall ist ganz besonders gruselig. Und ich habe schon Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Und das werdet ihr gleich nachempfinden können. Also kuschelt euch ein, macht es euch gemütlich. Wir legen los. Woran denkt ihr, wenn ihr das Bild eines Hotelzimmers im Kopf habt? Ich denke da an entspannten Urlaub. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr den Tag am Strand verbracht habt, dann richtig schön kalt duschen geht, euch für den Abend fertig macht und euch einfach so wohl und sexy fühlt? Ohne jeglichen Stress. Die einzige Entscheidung, die ihr an diesem Tag noch treffen müsst, ist, ob es der Pina Colada oder doch der Mojito werden soll. Sorglos schlafen gehen und erholt aufwachen. Das alles hätte Seon-Wa und ihre Familie auch gewünscht. Doch sie soll ein ganz anderes Schicksal ereilen. Es ist 2015. Seon-Wa ist 41 Jahre alt. Sie ist Erziehungsberaterin und wohnt mit ihrem Mann Kyunga und ihrem 15 Jahre alten Sohn Ye-jung mit einer klassischen Igelfrisur. Also, der hat die Haare alle auf die gleiche kurze Haarlänge geschnitten und trägt eine große Brille in Südkorea. Die beiden Eltern wünschen sich eine bessere Zukunft. Für sich und für ihre Familie. Ihr Sohn soll die Möglichkeit haben, einen guten Schulabschluss zu machen, dann zu studieren und in einen Fußballclub einzutreten. Sie möchten ihrem geliebten Sohn Ye-jung die ganze Welt bieten. Dann gibt es da noch Seon-Wa's Cousine Doyon. Sie ist geschieden und von ganzem Herzen überzeugte, tiefreligiöse Christin. Sie ist es, die letzten Endes die lebensverändernde Idee fasst. Sie möchte nach Deutschland auswandern. Deutschland, woran denkt man da? Vielleicht an Dirndl, an viel Bier, an Birkenstocks und an Würstchen und Kartoffelsalat. Normale Kartoffeln auf die 1. Dort möchte sie ihren zwei erwachsenen Kindern Nari, die 19 Jahre alt ist, und Tewon, der 22 ist, ebenfalls eine gute Ausbildung sichern. Ihre Tochter Nari träumt davon, in Deutschland eine Ballettschule besuchen zu können. Vielleicht wird sie ja eines Tages selbst den magischen Schwansee tanzen und die Menschen im Publikum verzaubern. Doyon nimmt sich für ihr neues Leben ganz schön viel vor. Sie will komplett von vorne anfangen und möchte irgendwann mal eine erfolgreiche Geschäftsfrau werden. Sie will eine GmbH gründen und Seon Va soll mit ihrem Mann und ihrem Sohn mitkommen. Doyon verspricht ihnen, dass sie in Deutschland sicher sein werden, dass sie Jobs in ihrer eigenen Firma bekommen werden. Sie sollen sich um Import und Export kümmern. Es schließt sich auch die Cousine Jin Suk gemeinsam mit ihrem 16-jährigen Sohn Tayel an. Und so macht sich die Familie dann Ende Oktober auf dem Weg von Südkorea nach Frankfurt am Main. Nur Kyung-ga, Seon Vars Mann, der bleibt schweren Herzens zurück in Korea. Dort muss er letzte Dinge für die finale Auswanderung klären. Lieber wäre er natürlich bei seiner Familie. Zu gerne wäre er direkt mitgekommen. Aber er verspricht, Weihnachten feiern wir alle gemeinsam in Deutschland. Doyon ist bei dem Ganzen die Anführerin der Truppe. Sie hat die Vision, sie hat das Geld und somit auch das Sagen. Was Doyon sagt, das wird gemacht. Manchmal ist es ja ganz hilfreich, jemanden mit Durchblick zu haben, der die Dinge anpackt und sagt, Leute, folgt mir einfach, ich habe hier den Plan. Aber gerade in einer Familie kann die Stimmung auch schnell kippen, wenn einer so das Wort für alle übernehmen möchte. Auf jeden Fall mieten sie sich dann gemeinsam eine Doppelhaushälfte. Die Hausnummer 22 in Sulzbach. Sulzbach ist eine kleine Gemeinde mit etwa 9000 Einwohnern. Vor dem Haus gibt es einen kleinen Grünstreifen. Das Haus ist elegant, es ist modern, mehrstöckig und hat eine flache Dachkonstruktion. Außerdem große Fenster, die viel natürliches Licht in das Haus lassen. Die Fassade ist unten braun gehalten und im oberen Teil des Hauses eher beige. Ein süßer Balkon ziert jede Haushälfte mit einer kleinen Markise und einer geräumigen Garage. Wenn man dran vorbeigehen würde, würde man wahrscheinlich einfach nur denken, oh, ein ganz normales Haus. Eine ganz normale deutsche Doppelhaushälfte. So wie es sie zu Tausenden gibt. Von außen gibt es keine Anzeichen darauf, was sich hier bald abspielen wird. Der ganzen Familie ist ja die Religion sehr wichtig und deshalb nimmt Dae-Yoon sehr schnell Kontakt zu einem Pastor auf. Der ist der Pastor einer koreanisch-evangelischen Zionsgemeinschaft und die Familie kommt oft zu seinen Gottesdiensten. Diese Gottesdienste geben ihnen Halt und Hoffnung in ihrem neuen Leben. Und ich finde, das kann man sehr gut nachvollziehen. Ihr müsst euch ja vorstellen, die haben alles zurückgelassen, um in Deutschland durchzustarten, um ihre Träume zu verwirklichen. Und bei so einer großen Lebensumstellung, da braucht man Hoffnung und Halt. Und ich verstehe auch, dass man da an etwas glauben möchte. Ihnen ist die Kirche sogar so wichtig, dass sie bereits nach kurzer Zeit eine großzügige Summe von 1000 Euro spenden. Auf dem Pastor muss diese Familie also sehr normal, gutherzig und liebevoll gewirkt haben. Ich glaube nicht, dass er sich damals schon vorstellen konnte, welches Bild sich dank dieser Familie in seinen Kopf einbrennen würde. Für ihre Nachbarn allerdings erscheint die Familie schon bald sehr suspekt. Nach außen hin geben sie sich zwar immer sehr freundlich und gepflegt, aber selbst das normale Haus hinterlässt bald einen merkwürdigen Eindruck. Das Haus ist nämlich immer abgedunkelt. Die Rollladen sind stets unten, so wie bei Vampiren, die das Licht nicht ertragen. Nachts hört man aus dem Haus koreanische Musik. Diese Musik wird immer wieder von lautem Geschrei übertönt. An der Stelle habe ich mich gefragt, warum sie nicht die Polizei alarmiert haben. Also, wenn bei meinem Nachbar Nacht für Nacht lautes Geschrei ertönen würde, da wäre ich ganz schnell am Hörer. Eins dazu? Hallo? In ihrer Doppelhaushälfte in Sulzbach fängt der Traum langsam an, sich in einen Albtraum zu verwandeln, der viele Menschen erschüttern wird. Seon Va fängt an, davon zu sprechen, dass sie schaurige Stimmen von Geistern hören würde. Und ab jetzt wird es noch mal gruseliger, hier allein im Keller zu sitzen. Ich sag's euch. Ich erschrecke mich schon, wenn plötzlich zu Hause bei mir jemand klingelt, den ich nicht erwartet habe, oder wenn der Wind die Tür ins Schloss fallen lässt. Wenn ich mir vorstelle, dass ich fremde Stimmen hören würde. Ich würde kein Auge mehr zumachen. Doyon stempelt das alles erstmal ganz locker ab. Sie findet, ihre Cousine sei unnötig hysterisch. Aber das alles wird langsam seltsamer. Die Kinder fangen an, Albträume zu haben. Immer wieder sprechen sie davon, dass sie in ihren Träumen Dinge gesehen haben. Und da fängt auch Doyon damit an, die Sache etwas ernster zu nehmen. Sie kennt sich mit Exorzismus ziemlich gut aus. In Südkorea sind Rituale zum Austreiben von Geistern nichts Ungewöhnliches. Um diesen bösen Energien und Geistern jetzt entgegenzuwirken, verteilt die Familie Granulat im ganzen Haus. Das soll die Geister dann abschrecken. Die Angst bleibt aber. Die Familie ist sich mittlerweile sicher, dass es Dämonen gibt, die in ihrem Zuhause ihr Unwesen treiben. Die Besitz von ihnen ergreifen. Sie sind sich auch sicher, dass die Geister ihre Handys manipuliert haben. Und vor lauter Panik verbrennen sie die Geräte. Irgendwann trauen sie sich nicht mehr einzuschlafen. Sie haben Angst, dass die Dämonen dann ein leichtes Spiel mit ihnen haben. Dass man im Schlaf angreifbarer ist und die Dämonen dann Besitz von einem ergreifen können. Alle passen sie aufeinander auf. Niemand darf nur für eine Sekunde einschlafen. Und ich weiß nicht, wer von euch mal richtige Übermüdung erlitten hat. Und ich rede hier von einem Leid, weil das ist wirklich, wirklich schrecklich. Es hat schon die eine oder andere Nacht gegeben, in der ich mich übernommen habe, in der ich zu lange wach war, am nächsten Tag früh arbeiten musste. Und Übermüdung, das macht was mit einem. Ich würde sagen, das ist noch schlimmer, als wenn man richtig Hunger hat. Man ist gereizt. Man fällt in so einen Sekundenschlaf. Man ist sehr angespannt. Und die kleinsten Dinge lassen einen durchdrehen. Irgendwann wird es dann auch den Nachbarn zu viel. Die merken, dass da bei der Familie irgendwas vor sich geht und wollen sich jetzt die Lage genauer anschauen. Die runtergelassenen Rollladen, die seltsamen Geräusche mitten in der Nacht, das alles wird ihnen zu viel. Und so rufen sie verärgert den Vermieter an und beschweren sich über die Familie. Der Vermieter kommt dann auch wirklich vorbei. Er schaut in dem Haus nach dem Rechten und ist ganz verwundert über die ganzen Granulathaufen. Die Familie hat ja überall Granulat verteilt, um die Dämonen abzuschrecken. Und der Vermieter fragt sich nur, was geht hier ab? Aber ansonsten sieht er nichts Außergewöhnliches, nichts Verdächtiges. Er repariert noch schnell eine gluckernde Heizung und verschwindet dann wieder aus dem Haus. Der neu eingezogenen Familie reicht es dann. Ihre Angst ist einfach zu groß. Und die Bedrohung fühlt sich viel zu stark an. Ohne viel einzupacken, stürmen sie dann aus ihrem Haus und suchen ein Hotelzimmer auf. Sie haben die Hoffnung, dass die Dämonen dann im Haus zurückbleiben und ihnen nicht folgen. Ich will die Angst vor Dämonen überhaupt nicht kleinreden. Ich selber war mal bei einem Exorzismus dabei. Das ist eine ganz spezielle Geschichte. Ich werde ganz am Ende so ein kleines bisschen von meinen Erfahrungen berichten. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Familie einfach panisch ist, übermüdet ist, dass sie alles überinterpretieren, dass jedes Geräusch sich plötzlich wie eine Bedrohung anfühlt. Und ich glaube, dass wenn man so davon überzeugt ist, von einem Geist besessen zu sein, dass man dann plötzlich Beweise dafür sieht, wo eigentlich keine sind. Die Familie sucht jetzt Zuflucht in der Kirche. Dort erhoffen sie sich die nötige Hilfe. Aber all das reicht nicht. Am 3. Dezember bricht Jin Suk zu einem Spaziergang auf und kehrt nicht mehr zurück. Zur gleichen Zeit geht etwas Seltsames zwischen Doyon und ihrer Tochter vor. Sie senden sich besorgniserregende Nachrichten zu. Doyon schreibt zum Beispiel, dass Gott ihre Cousine ins Jenseits befördern werde. Und sie fordert ihre Tochter dazu auf, Zündmaterial und Chlorsäure zu besorgen. Am nächsten Morgen, dem 4. Dezember, kehren Seonva mit Doyon und den Kindern in ihr gruseliges, verfluchtes Haus zurück, um wichtige Wertgegenstände zu holen. Die haben sie bei ihrem hastigen Aufbruch zurückgelassen und wollen sie jetzt abholen. Und dann wird alles nur noch schlimmer. Seonva geht in die Garage und erschreckt sich fast zu Tode. Vor ihr sieht sie einen schwarzen Schatten, einen Geist. Die restliche Familie gerät ebenfalls noch mehr in Panik und niemand möchte dieses Haus betreten. Also fahren sie los zu einem Hotel. Genauer gesagt zum Intercontinental Hotel, das ist direkt am Main und im Herzen der Stadt. Nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Der Eingang des Hotels ist überdacht und die Gäste werden von den großen blauen Buchstaben begrüßt, die den Namen des Hotels an der Überdachung bilden. Das Hotel hat 467 zeitlos elegante Zimmer und 19 Veranstaltungsräume. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ihr könnt euch so ein klassisches Hotel vorstellen. Ein Hotel für Geschäftsreisen, für Leute, die einen Wochenendtrip machen. Die Familie geht jetzt die Flure des Hotels entlang, bis sie an ihrem Zimmer ankommen. Zimmer 433. Das ist das Zimmer, in dem sich ihr Leben für immer verändern soll. Das Zimmer hat eine Terrasse, von der aus man einen freien Blick auf Frankfurt hat. Es gibt ein eher kleines Badezimmer und darin hängen Bademäntel. Das Zimmer hat außerdem eine gemütliche Sitzecke und einen Schreibtisch, auf dem ein Wasserkocher und Tee zur Verfügung stehen. Außerdem gibt es einen Kühlschrank und ein Bügeleisen. Die Familie fasst jetzt den Plan, eine kleine, aufheiternde Shoppingtour in Holland zu machen. Wahrscheinlich wollten sie sich damit ablenken und auf andere Gedanken bringen. Doyon erzählt später, dass es Seon war, zu diesem Zeitpunkt körperlich schon gar nicht mehr gut ging. Tatsächlich zeigen die Überwachungskameras der Hotellobby ein anderes Bild. Seon war wartet ganz gemütlich mit den anderen an der Rezeption. Sie trägt eine Umhängetasche und hat ihren Koffer dabei. Sie zeigt ihren Reisepass vor und füllt ein paar Formulare aus. Alles scheint so, als würde es ihr gut gehen. Kurz nach Mitternacht telefonieren Seon war und ihr Mann Kyunga. Seon war teilt ihm in diesem Telefonat mit, dass sie gegen den Teufel in ihr kämpft und dass sie ihn nun unter Kontrolle habe. Sie sagt auch, dass ihr etwas noch fehle. Sie müsste den Teufel nämlich noch endgültig austreiben. Das will sie durch sehr eindringliches Beten erreichen. Kyunga macht sich an dieser Stelle immer noch keine außergewöhnlich großen Sorgen um seine Frau. Sie ist ja nicht alleine. Sie hat ihre Familie bei sich. Ihre Cousine Doyon zum Beispiel. Und die kennt sich ja mit Exorzismus sehr gut aus. Das alles beruhigt ihn. Hätte er gewusst, welche unglaublich verstörende Form von Exorzismus Doyon für seine Frau im Kopf hatte, dann hätte er wahrscheinlich anders reagiert. Von nun an eskaliert die Situation nämlich. Der Traum des gemeinsamen, besseren Leben für diese Familie, der wird nun platzen. An dieser Stelle gibt es auch eine kleine Content-Warnung für euch. Die folgenden Szenen sind nämlich schwer verdaulich. Mitten in der Nacht des 5. Dezember im Zimmer 433 dreht Seon war komplett durch. Sie läuft wie wild geworden durch das Zimmer und führt laute Selbstgespräche. Sie fängt dabei an, um sich zu schlagen und sich selbst zu verletzen. Sie ruft, ich bin kein Mensch, sondern der Teufel. Ich werde euch jetzt alle fressen. Doyon sieht jetzt besonders für die Kinder eine Gefahr in ihrer Cousine. Sie will die Kinder beschützen und hält Seon war eng umschlossen fest. Ihr Sohn kommt zur Hilfe und hält ihre Augen zu. Ihre Tochter versucht wie wild auf Seon war einzureden. Aber nichts hilft. Seon war will und will sich nicht beruhigen. Sie will in ihrem Wahn ihre eigene Zunge essen und erleidet einen Anfall. Wie schlimm muss das für ihre Familie gewesen sein, sie in so einem Zustand zu sehen? Vor allem für ihren eigenen Sohn. Was würdet ihr machen? Und natürlich wäre es das Richtige gewesen, an diesem Punkt einen Krankenwagen zu rufen, die Polizei zu verständigen, professionelle Hilfe einzuschalten. Aber alle Beteiligten sind übermüdet. Sie sind fix und alle und vor allem der festen Überzeugung, dass der Teufel mit ihnen im Zimmer 433 ist. Für sie gibt es an diesem Punkt keine andere Lösung mehr. Sie drücken Seon war brutal auf den Boden. Sie halten die Arme, die Beine und den Kopf fest. Sie wollen sie beruhigen. Sie wollen ihr helfen. Seon was Körper wird immer heißer. Deshalb greift ihre Familie zur Minibar und sie beschütten sie mit kaltem Wasser und allen möglichen Softdrinks, die sie darin finden können. Ihr Sohn versucht unterdessen auf seine Mutter einzureden und sie irgendwie zu beruhigen. Aber er schafft es nicht. Es ist so unverständlich, warum niemand einen Krankenwagen gerufen hat. Stattdessen telefoniert Seon was Sohn jetzt mit seinem Vater. Er teilt ihr mit, dass seine Mutter durchdreht. Er sagt ihm, dass sie versuchen, den Teufel auszutreiben. Sein Vater solle für sie beten. Er solle beten dafür, dass Seon war überlebt. Auch seine Cousine Nari spricht immer wieder mit Kyungha. Sie versuchen Kyungha zu vermitteln, dass er möglichst schnell nach Frankfurt zu seiner Frau kommen soll. Seon war beruhigt sich dann irgendwann kurz und ihre Familie hat die Hoffnung, dass sie alles überstanden haben. Aber dieser Hoffnungsschimmer hält nicht lange an. Plötzlich schreit sie noch lauter als zuvor. Doyon holt dann ein Handtuch und einen mit Schaumstoff umwickelten Kleiderbügel und stopft ihn ihrer Cousine Seon war in den Mund. Sie erzählt später, dass Seon war diesen Wunsch wohl selbst geäußert habe. Außerdem wollte sie wohl unter keinen Umständen Hilfe von außen akzeptieren. Hilfe, die sie dringend gebraucht hätte. Und manchmal muss man über die Wünsche seiner Liebsten hinwegsehen. Gerade wenn die Person anscheinend ja nicht ganz bei sich ist. Seon Wars Sohn schreibt seinem Vater eine Nachricht, in der steht, dass bei ihnen etwas Unerklärliches vor sich geht und dass seine Mutter es sehr schwer habe. Sein Vater solle weiter für sie beten. Um 5 Uhr morgens geht Seon war dann endgültig die Kraft aus. Sie sinkt nach den elendlangen Höllenqualen final zu Boden. Immer noch das Handtuch und den Kleiderbügel im Mund. Dann bleibt sie reglos liegen. Erst drei Stunden später, um 8 Uhr morgens, ruft Doyon dann Hilfe. Und nein, sie ruft jetzt keinen Rettungswagen. Sie ruft ihren Pastor. Ihm erzählt sie, dass Seon Wars kein medizinisches Problem habe. Sie habe ein geistliches Problem. Deshalb würden sie den Pastor brauchen. Und der Pastor betritt dann ganz besorgt und wenig später das Zimmer 433. Er erstarrt vor Schreck. Er ahnt direkt, was sie mit Seon Wars gemacht haben. Sie haben versucht, ihr den Teufel auszutreiben. Solche gewaltsamen Exorzismen, die kennt er nur von Sekten. Seon Wars liegt still da. Ihr Gesicht ist unter einem Handtuch versteckt. Er verschwindet ins Badezimmer und ruft von dort aus heimlich einen Heilpraktiker an. Doch er war wohl nicht unauffällig genug. Doyon hat das mitbekommen. Sie wird böse. Sie stellt ihn zur Rede. Sie sagt, wir brauchen keinen Arzt. Aber der Pastor, der ist der andere Ansicht. Er bleibt stur und ruft bei der Rezeption an, um sie zu informieren, was für grausame Dinge in ihrem Hotel passiert sind. Es ist 10.34 Uhr und Kyongas Sohn schickt ihnen die letzte Nachricht. Danach Funkstille. Ein paar Minuten später trifft der Notarzt ein und er braucht nicht lange, um festzustellen, was Seon Wars Diagnose ist. Zeitpunkt des Todes, 11.06 Uhr. Nicht die Familie selbst, sondern das Konsulat ruft nun Kyonga an, also Seon Wars Ehemann. Sie teilen ihm unter Bedauern mit, dass seine geliebte Ehefrau die Teufelsaustreibung nicht überlebt hat. Die Polizei fährt nochmal zu dem Haus, in dem die Familie sich eigentlich ja für ihren Traum in Deutschland niedergelassen hat. Vielleicht finden Sie dort ja Beweise, die zeigen, wie es zu dem schrecklichen Ereignis gekommen ist. Wieso ihre eigene Familie Seon Wars so etwas angetan hat. Wieso ihre eigene Familie sie solche Höllenqualen hat erleiden lassen. Im Haus finden Sie die verbrannten Handys, sowie einen seltsamen Wok, der mit Fett gefüllt ist. Oben in diesem Wok schwimmt eine Unterhose und eine Socke. Dann gehen Sie in die Garage, in der Seon Wars den Geist gesehen hat. Dort machen die Beamten eine weitere schreckliche Entdeckung. Sie finden eine Person, eingewickelt in Mülltüten und Folien. Und zum Glück atmet sie noch. Die Person ist jedoch stark dehydriert und unterzuckert. Schnell wird festgestellt, dass es sich dabei um Jin Suk handelt. Also Seon Wars Cousine, die ja nach ihrem Spaziergang wohl nicht mehr zurückgekommen ist. Später erzählt sie, dass sie sich selber in die Tüten und Folien eingewickelt hat, weil sie so gefroren hat. In der Garage wollte sie dann auf ihre Familie warten, die ja plötzlich nicht mehr da war. Sie sagt aus, dass es in ihrer Familie keinerlei Streit gegeben habe. An der Stelle habe ich mich gefragt, ob sie mit dieser Aussage vielleicht jemanden schützen wollte, ob vielleicht jemand aus ihrer Familie sie da eingewickelt und zurückgelassen hat, aber sie niemanden verpfeifen wollte. Weil wer legt sich alleine eingewickelt in Folien in einen Raum, ohne was zu trinken oder zu essen? Und das mehrere Tage lang. Und warum hat sich die Familie keine Sorgen um Jin Suk gemacht? Die müssen doch irgendwann bemerkt haben, dass sie fehlt und dann mal nachschauen. Das wirkt für mich alles ein bisschen suspicious. Seon Wars Leichnam wird begutachtet und die Ergebnisse bestätigen, dass sie infolge äußerer Gewalteinwirkung erstickt ist. Ihr Körper ist mit Hämatomen übersät. Die Mundwinkel sind blutig und eingerissen. Die Ermittler vermuten, dass ihr immer wieder grausam und der eigenen Familie auf dem Bauch und dem Brustkorb geschlagen worden sein muss. Seon Wars Sohn, Doyon und die anderen werden in den Gerichtssaal 165 des Frankfurter Landsgericht geführt. Alle sehen sehr zierlich und zerbrechlich aus. Einige von ihnen versuchen, die Gesichter mit dem Plastik der Aktendeckel vor der Kamera zu verstecken. Ganz verbergen können sie sich jedoch nicht. Sie alle können nicht besonders gut Deutsch sprechen, weshalb sie von Dolmetschern begleitet werden. Die Anklage geht in dem Prozess zunächst von Mord aus. Es wird von, Zitat, Gefühllosen und unbarmherzigen Mord gesprochen, bei dem Seon Wars qualvoll erstickt ist. Deshalb muss die Familie bis zum Urteil in Haft bleiben. Vor und nach den Verhandlungstagen kann man immer wieder das Klacken der Handschellen hören. Gleich zu Beginn der Verhandlungen fordern die Anwälte, der zum Zeitpunkt nun 16-Jährigen, Ein Ethnosoziologe befasst sich mit den sozialen Strukturen in verschiedenen Ethnien. Er soll beurteilen, ob man die Jugendlichen für ihre Beteiligung an Seon Wars Tod überhaupt belangen kann oder ob ihre Erziehung und Wertvorstellung es für sie unmöglich gemacht haben, abzuschätzen, was für immense Folgen ihr Handeln haben würde. Er soll auch beurteilen, ob sie ihr Mitwirken überhaupt hätten verweigern können. Immerhin hatte Doyon ja das Sagen in der Gruppe. Im Prozess wird klar, dass es in der Familie eine sehr strenge Hierarchie gegeben hat. Doyon, das war die Respektperson. Alle sind ihr gefolgt. Sich Doyon zu widersetzen, das war keine Option. Keiner hatte dazu den nötigen Mut. Der Prozess um Seon Wars Tod zieht sich über fünf Monate hinweg. Die Ermittler sind sich sicher. Die Familie gehört einer christlichen, koreanischen Sekte an. Die Staatsanwältin sagt aus, Doyon habe sich angemaßt, über Leben und Tod anderer zu entscheiden. Auch wenn ihr Verteidiger das, was in der Nacht auf den 5. Dezember 2015 im Zimmer 433 vor sich ging, in seine Plädoyer einen reinen Unglücksfall nennt. Unglücksfall finde ich wirklich eine Frechheit. Ein Unglücksfall, das ist, wenn man sich ein Marmeladenbrot schmiert und es auf die belegte Seite fällt. Ein Unglücksfall ist, wenn man vergessen hat, sein Auto abzuschließen, man zurückkommt und plötzlich hat einem jemand das Radio geklaut. Das ist unglücklich, das ist nervig. Aber ein Familienmitglied über Stunden hinweg zu foltern, bis es dann zum Tode kommt, das ist kein Unglücksfall. Sie hätten verhindern können, dass ihre Mutter, ihre Tante, ihre Cousine, dass sie stirbt, wenn sie einen Rettungswagen alarmiert hätten. Das als Unglücksfall zu betiteln, das wird der Sache nicht gerecht. Der Prozess neigt sich dem Ende zu und die Staatsanwaltschaft geht nun nicht mehr von vorsätzlichem Mord aus, sondern von Körperverletzung mit Todesfolge. Mit dem Merkmal der Grausamkeit. Und bis man dieses Merkmal feststellt, da braucht es schon einiges. Das heißt, dass man gefühllos und unbarmherzig war. Dass man schwere Qualen erzeugt hat. Die Staatsanwaltschaft kommt zu dem Schluss, dass die Familie den Dämonen in Céanvac quälen wollte. Sie wollten dem Dämonen Schmerzen zufügen, eigentlich aber nicht Céanvac selbst. Der zuständige Richter beschreibt die Tat als emotional außergewöhnliches Geschehen, das von keinem der Angehörigen so gewollt war. Doyons Sohn Tevan öffnet sich schweren Herzens seinen Anwälten gegenüber. Er sagt, es tue ihm unendlich leid. Er habe nicht geahnt, dass seine Tante sterben würde und er hätte ihren Tod auch nicht billigend in Kauf genommen. Doyon erwartet die größte Strafe von allen. Sie wird zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Die Jugendlichen und heranwachsenden Mittäter, so auch Céanvac eigener Sohn, erhalten Bewährungsstrafen zwischen anderthalb und zwei Jahren. Der Richter erklärt das Urteil so. Doyon war die Erwachsene. Sie bestimmte das Geschehen. Ohne ihre bestimmte Rolle wäre es nicht zu der Tat gekommen. Céanvas Familie nimmt die Urteilsverkündung überwiegend ruhig und konzentriert entgegen. Die Jugendlichen Angeklagten drücken ihren Anwälten die Hand, verbeugen sich und lassen teilweise sogar ein leichtes Lächeln erkennen. Doyon kann sich nicht zurückhalten. Sie schreit erschüttert auf und schlägt wie wild und voller Wut auf die hölzerne Anklagebank. Während Doyon ins Gefängnis überführt wird, kehren die Jugendlichen bald in ihre Heimat zurück. Niemand von ihnen ist vorbestraft. Immerhin war es Doyon, die sie zu all dem verleitet hatte. Sie war die Erwachsene. Sie hätte den Krankenwagen rufen müssen. Ich habe so viele Fragen im Kopf. Wieso ist niemandem aufgefallen, dass Jin Suk einfach verschwunden ist? Wusste wirklich keiner, dass sie in Plastik eingewickelt da in der Garage liegt? Dann gab es da ja noch die Nachricht von Doyon an ihre Tochter. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber sie hat ja geschrieben, dass ihre Cousine ins Jenseits geholt werden würde. Und das hat sie geschrieben, bevor es Seon-Va so schlecht ging. Also hat sie vielleicht geplant, Seon-Va etwas anzutun? Wieso sollte ihre Tochter Chlorsäure und Zündmaterial besorgen? Die Antworten auf diese Fragen werden wir wohl nie erhalten. Wir machen jetzt noch einen kleinen Abstecher zum Thema Exorzismus. Der Begriff an sich kommt aus dem Griechischen und steht für das Hinausbeschwören. Es ist also die Praxis, Dämonen oder den Teufel aus Menschen, Tieren oder von Orten weg zu vertreiben. Man vermutet dann, dass diese Orte oder Menschen oder Tiere besessen sind und den Teufel, dem will man eben, loswerden. Exorzismus wurde früher viel praktiziert und wird es bis heute noch. Im Christentum findet der Exorzismus meist nur als Taufritus statt. Und durchs Beten. Im 17. Jahrhundert hat die katholische Kirche einen Gebetstext verfasst, der für die Austreibung sorgen soll. Dieser lautet, Kleine, normale Exorzismen werden häufig dann in der Form einer Taufe durchgeführt. Die angeblich Besessenen, die werden mit Weihwasser besprenkelt, dann wird zusammen gebetet und dem Besessenen werden dann Hände aufgelegt. Damit soll die Macht des Heiligen Geistes dann aufgerufen werden, um mit gehobenen Kreuz dann den Teufel auszutreiben. Alles endet dann mit einem Dankesgebet. Sogenannte große Exorzismen dürfen nur durch einen Priester vollzogen werden, der die Erlaubnis des Bischofs dafür erhält. Dabei muss man sich an sehr strikte Regeln halten. Vorher sollte man sicher gehen, dass hier kein psychisches oder physisches Problem vorliegt, weil in so einem Fall müsste sich eher ein Arzt um die Person kümmern. Do-Yoon zum Beispiel hat ganz sicher nicht geprüft, ob Seon-Wa vielleicht einfach nur einen Arzt hätte aufsuchen müssen. Hätte Do-Yoon das geprüft, wäre sie mit ihrer Cousine zu einem Arzt oder einem Therapeuten gegangen, dann wäre sie wahrscheinlich noch am Leben. Dann hätten sie ihre gemeinsame GmbH gründen und ihren Traum verwirklichen können. Sie hätten mit Kyungha zusammen Weihnachten feiern können. Weihnachtsmusik und Plätzchen backen. Ein weiterer Fall, der die katholische Kirche in Deutschland 1976 erschütterte, das ist der Fall um Anneliese Michel. Ihr Schicksal brachte die Kirche dazu, engere Kriterien für Exorzismen aufzustellen. Zum Beispiel müssen unter allen Umständen Ärzte hinzugezogen werden. Anneliese litt an Epilepsie und wurde von katholischen Gottesmännern quasi zum Tode verurteilt, indem sie sie als besessen abgestempelt haben. Heißt, jedes Mal, wenn sie einen Anfall bekommen hat, war sofort die Rede davon, dass der Teufel jetzt wieder Kontrolle über ihren Körper hat. Mit 23 Jahren starb sie, nachdem sie über mehrere Monate ganze 67 Exorzismen durchleben musste. Zwar hatten Ärzte die Epilepsie bereits festgestellt, ihre tiefreligiöse Familie wollte diese Diagnose jedoch nicht anerkennen. Nach erster Ablehnung stimmte der Bischof dem Exorzismus schließlich leider zu. Am 30. Juni 1967 wurde der letzte Exorzismus, an dem noch viel zu jungen Mädchen durchgeführt, und am nächsten Tag wurde sie tot aufgefunden. Dieser Fall ist so, so tragisch. Und er zeigt, dass körperliche oder mentale Beschwerden falsch gedeutet werden können. Ihre epileptischen Anfälle hat man für die Zeichen des Teufels gehalten. Dabei hätte sie einfach nur ärztliche Behandlung gebraucht. Laut einigen Exorzisten aus Italien würden jährlich rund eine halbe Million Menschen einen Exorzisten aussuchen. Diese Zahlen beziehen sich dabei auf das Jahr 2019. Also für alle, die dachten, das wäre so ein Mittelalter-Ding, das ist es nicht. Überall auf der Welt werden Exorzismen auch heute noch durchgeführt. Ich habe einmal einen Exorzismus in Kuba miterlebt. Und das war extrem spannend. Ich finde es sehr beeindruckend, wenn Menschen in ihrer Religion aufgehen und in ihrem Glauben und darin Halt finden. Dieser Exorzismus ist aber mit vielen Tieropfern einhergegangen und das war ganz schwer mit anzusehen. Der Exorzismus, den ich da miterlebt habe, der war auch hart. Auf der anderen Seite hat dieser Exorzismus den Menschen sehr, sehr viel bedeutet. Viele haben berichtet, dass sie sich danach viel besser gefühlt haben und befreit. Und who am I to judge? Abschließend möchte ich sagen, dass Religion etwas Wunderschönes sein kann. In meiner Freundesgruppe ist fast jede Religion vertreten. Und ich sehe, wie viel Halt und Hoffnung Religion meinen Freunden gibt. Die Feste, das gemeinsame Feiern und Essen und Konfirmationen und Zuckerfest und Ramadan und was es da alles gibt, das können so schöne Traditionen sein, die die Menschen zusammenbringen. Und wenn man gemeinsam an etwas glaubt, dann wird es dadurch größer und schöner und bedeutsamer. Aber der heutige Fall zeigt auch gefährliche Ausmaße, die Religion annehmen kann. Er zeigt, was fehlgeleitete Überzeugungen anrichten können. Es hat mit Hoffnung, Hoffnung auf ein besseres Leben und einem Traum angefangen und es endete in einer Tragödie. Sie wurde gefoltert und gequält und das, obwohl sie wahrscheinlich einfach nur einen Arzt gebraucht hätte. Ihr Lieben, mein Kopf ist voller Fragen und vielleicht fallen euch Antworten darauf ein. Lasst uns gerne in den Kommentaren diskutieren. Ich freue mich sehr darauf und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend. Hier ist noch ein neues Video für euch online gekommen. Schaut gern vorbei und wir hören oder sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!